Aufwertung des Gemeindenhauses dauert noch eine Weile. Ich habe noch einen Stein brauche ich noch. Was haben wir denn hier noch? Waffenspiet. Machen wir den Handel. Achso, beständigt das Bevölkerungswachstum. 30% hätte ich auch machen können. Das wird noch mehr Leute kriegen. Oder in dem Heiler hätte ich auch das sammeln könnte. Wäre natürlich auch sinnvoll gewesen. Jetzt habe ich alles gemacht. Handelsposten. Habe ich echt jedes einzelne Feld jetzt komplett maximiert oder was ist da los? Habe ich überall drin, so viel drin wie geht? Ist denn nur der eine? Das wäre natürlich praktisch, warte mal. Dann gehe ich da halt mal hin. Ist noch viel besser. Ist noch sehr, sehr viel besser. Wäre auch interessant, ob man mehr als ein Langschiff-Dock bauen kann. Ich meine, kann man anscheinend, ne? Aber ich müsste gucken, wo ich das baue. Dass man da auch noch mehr Rum dann rauskriegen kann. Wo werden die angriffen? Ach, da unten. Ach, das passt. Ja, das passt. Ah, die sind nicht unbedingt, also die sind schon zäh, ne? Wenn ich gewinne das zwar, aber die sind schon nicht so ganz ohne hier. Und die wollen dann bessere Häuser. Meine Güte. Also kann ich aber nicht aufwerten, solange ich noch nicht das große Haus aufgewertet habe. Das gemeine Haus. Machen wir es so. Einmal bitte besiedeln hier. Oh nein, dann werde ich mir die Gruft auch hier erkunden. Mit dem Schwert. Da darf man hier zurückkommen. Ah, ne. Ah, ne. Die Gruft muss ich gar nicht erkunden. Oh, praktisch. Das ist natürlich praktisch. Ist ja auch nicht, oder was? Ach so, besiedelt das Gebiet und erhaltet so viel. Okay. Ihr erhaltet zwei Gratiswerkzeuge, um die Produktivität eurer Dorfwohner zu erhöhen. Das ist natürlich super. Ähm, dann hätte ich gerne bitte... Ähm, dann hätte ich gerne... Äh... Ah, puh. Holz... Na, Weizen. Machen wir die Holzfälle aus. Auch. Machen wir es so. Ich kann noch mal verbessern. Aha, interessant. Äh... Wurde sie mehr wissen. Produzieren wir Zufriedenheit. Machen wir zufriedenheit. So. Der Onkel darf hier oben nochmal weitermachen. Wobei, hier ist auch nur ein... Da sind zwei Wölfe drauf. Hm... Ha... 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 Lassen wir den dann mal rumwolfen. Alles klar. Was hätte ich denn noch gerne mal? Silo... Silo fröhlich vor sich hin, hoffentlich. Dass es hier alles funktioniert. Wenn zwölf am Tag ist schonmal okay. Also zwölf, zwölf, ne? Pro, pro, pro Dingens hier. Als Nahrungsproduktion ist schonmal okay. Plus... Ähm... Ich brauche jetzt nur noch mehr Steine. Und Meister der Lehrerin hat nichts zu tun. Weil er hier nichts... Hat er ausgelernt oder was ist da los? Ha... Ich glaube nicht, dass so ein Stein komplett ausgelutscht wird. Er gegen die Wölfe geht. Zack. Wir wollen immer noch bessere Häuser. Häuser... Holz... Häuser... So... Jammern sie jetzt nicht mehr rum. Okay, Bevölkerungswachstum nochmal 30%. Machen wir das. Oder Komfort. Reduziert die Kosten beim Hinzufügen eines Bauplatzes für ein Gebiet um 80%. Aha. Noch mal Rekrutierung erstmal. Ich hätte hier halt gerne noch mehr Leute. A5 bringt mir jetzt das Hoheitsgebiet einen Bonus. Ist schonmal ganz gut. Noch ein Gebiet. Mal gucken, ob es dann nochmal ein bisschen mehr bringt. Wenn es dann fertig ist. Äh... Du. Die aktuelle ist trotzdem bei 2. Ja, wodurch hat es sich erhöht, aber es wird nicht angezeigt, wodurch genau. Ne? Von wegen... Plus 5 sind Hoheitsgebiet, plus 4 sind Brau. Und 10 sind es aber insgesamt. Kein blassen Schimmer, wie genau das funktioniert. Und ich habe jetzt mehr... Ruhm als... Der andere Mensch. Ich bezeichne das andere... Äh... Ich bezeichne sie immer als Mensch. Ich hoffe das ist nicht ganz falsch. So. Ähm... Ich brauche nur noch 300 Münzen. Dann könnte ich den Altar der Könige bauen. Ich brauche mal einen Händler hier, einen Handelsposten oder irgendwas in dem Stil. Wäre nicht komplett verkehrt. Zack. So. Was haben wir hier noch? Hier wartet jetzt auf euch, doch nur Speer werden hier Wagen zu. Hören wir was. Das würde ich gerne machen. Vielleicht brauche ich ja nicht mal andere Soldaten. Vielleicht reicht es ja auch so. Wenn der Bär wird und mich wahrscheinlich töten, wenn ich nicht aufpasse. Aber wir können es mal probieren. Beziehungsweise ich kann mich ja in der Zwischenzeit heilen. Das macht er ja nicht. Ja... Er hat halt mehr Verteidigung, ne? Mehr Resistenz. Ich mache zwar mehr Schaden, aber er hat mehr Resistenz in meinem Leben. Vielleicht könnte es sogar knapp werden. Aber ich, äh... Gehe mich mal zurück. Ich riskue das mal nicht. Ist das sonst zu doof? Nein, will ich nicht aufwerten. Ich werde aufwerten, bitte die Brauerei. Und dann noch eine weitere Person ranwürfeln. So. Hätte natürlich auch hier machen können. Jetzt ist die Frage, wie viel Ruhm denn da mal rauskommt, ne? Wenn der da... Wenn da Leute auf Tour sind. Wann ist... Ist noch Stein da? Es sind noch 5 Steine. Die muss ich dann für den Langschiff-Talk benutzen. Baut die einfach mal. Wäre wahrscheinlich sehr sinnvoll. Okay, da werde ich geheilt. Was ist hier? Tors Zorn. Da hat der Hammer eingeschlagen, oder was? Ein uraltes Machtzentrum. Begewehrt militärischen Einheiten. Einen Angriffsbonus von 5%. Aha. Halt, jetzt kommt der Hammer. Interessant. Oh, nein. Speerstab. Oh, ist immer doof. Da bin ich nicht so der große Fan von. So, aufs Maul. Sollte passen. Fest mal... Ja. Zack. Das war ganz knapp. Das war richtig, richtig knapp. Von der Nahrung her. Nichts, dass wir unzufrieden sind, ne? Blöderweise kann ich das jetzt nicht einnehmen. Weil ich da 200 brauche. 200 Nahrung. Ich hoffe, der spawnte nicht sofort nach. Das Bärchen. Die olle Flausche Knäuel. Ich hoffe mal nicht. Acht Zufriedenheit. Wow, okay. Sieben Zufriedenheit. Wow, okay. Hä? Hm. Ähm... Gut. Ich will eigentlich keine Militärlager ausbilden. Wobei... Na, es würde halt viel bringen. Es würde halt schnell was bringen. Ich müsste halt viel auf Nahrung gehen. Und dann hier möglichst schnell die ganzen Bereiche wegfegen eigentlich. Ha. Wobei, erstmal will ich halt wirklich hier ein Alltag der König geboren. Wobei das noch zeitlich dauert mit dem ganzen Gold hier. Aber ich kann ja Münzwesen machen oder so. Fleiß. Gebäude, die Nahrungsmittel produzieren, kann nach ihrer Aufwertung ein zusätzlicher Dorfbewohner zugewiesen werden. Das ist halt auch sehr nett. Machen wir das. Machen wir das. Das heißt, ich habe genau noch keins. Ich kann auch die Fischhölte aufwerten. Und hier oben in das Feld. Was ist der? Der Bergarbeiter hat nichts mehr zu tun. Sehr gut. Also sehr schlecht. Vielleicht sollte ich das gar nicht aufwerten. Doch, ich werte das auch. Ich brauche dann auch mehr Geld. Machen wir das so. Zack. Okay. Nahrung ist wieder so bisschen blöd. Und ich habe immer noch nur ein Schaf. Also irgendwie war das an der Stelle nicht so der richtige Wurf hier. Nicht so die richtige Entscheidung. Mehr Werkzeugmöglichkeiten. Mehr Werkzeugmöglichkeiten. Schiffswrack. Besiedelt dieses Wrack und benutzt eure Spee um es zu erkunden. Findet dort Krones oder Holz. Ja. Vielleicht. Eventuell. Ich habe schon wieder ein Limit hier. Ein Limit erreicht. Zack. Die Person stand auch die ganze Zeit nur rum. Plus 21. Wow. Okay. Gut. Kann man bringen. Kann man machen. Alter Mann wird geheilt. Ist auch sehr hübsch. Alter Mann. Äh. Hier ist eine nachgekommen. Oder? Da ist ein Schaf. Oh. Ich will das haben. Haha. Ich will das Gebiet. Weil da ein Schaf ist. Nicht weil es irgendwie. Weil es Ruhm bringen könnte. Ne ne. Haha. Schafe sind wichtig. Schafe sind Freunde. So. Kann weg. So. Die Frage ist wo denn das. Wo denn der nächste Stein ist hier eigentlich. Gibt es auch nirgendwo. Ne. Im Moment. Ein ganz netter Indikator wenn es ausgegraut ist. Dass es überhaupt nicht existiert bisher. Dass da keine weiteren Steine irgendwo sind. So. 200. 200 Nahrung. Ich könnte halt hier gucken. Ob ich da. Na gut. Handelsrouter aufbauen heißt nicht dass ich Sachen kaufen kann. Ich brauche dafür noch einen Marktplatz. Zeig mal das. Das darf auch gleich gebaut werden hier. Dass ich dann sowas wie Steine kaufen könnte mit sehr viel Fantasie. Oder falls ich das wollte. Hey. Ahoi. Ahoi. Hm. Wir wollen schon wieder bessere Häuser. Das ist nämlich auch das Gemeckere hier. Oh ne. Wir wollen nicht irgendwie Häuser. Wir wollen bessere Häuser. Wir kriegen Häuser aber keine besseren. So. Aas. Na. Ne. Wo ist mein Kerl? Da. Da ist einfach eine Figur reingelatscht. Wow. Achso. Das ist super. Wir sind dreist. Wie sieht er das jetzt hier. Das bringt noch keinen Ruhm. Ich hätte auch gerne einen neuen Speer. Der Heiler hat nichts zu tun. Noch hat er nichts zu tun. Er hat gleich was zu tun. Ahoi. Da bei mir. Jetzt hat der Heiler was zu tun. Ja. Gruppenarbeit. Ihr erhaltet ein kostloses Fest mal. Gewährt euren Helden. Verteidigungstürmen und eil euren militärischen Einheiten. 20% Resistenz mit dem Schmausen. Aha. Interessant. Ha. Das Wetter wird ein bisschen kurzer, ne? Im Moment ist es noch viel zu knapp hier mit den ganzen Sachen. Das ist noch viel zu knapp. Bin ich nicht so der große Fan. Ich... 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 Ich bräuchte halt wahrscheinlich noch ein Langschiff. Hier ein Langschiff-Dock. Ein zweites. Befürchte ich mal. So. Ja, ja. Sehr gut. Steine. Das dauert noch bis ich da mal was kaufen kann. Ist auch noch... Zufriedenheit ist auch nicht ganz geil. Ich weiß, dass die bessere Häuser wollen. Das ist mir vollkommen klar. So. Speer. Nein. Du wirst mal bitte da reingehen. Erkunden. Eine Runde. Und dann passt das. So. Lieber Hallwart. Hauen sie mal hier so ein bisschen was raus. Ein paar Leute vielleicht. Das sind zwei Schafe sogar. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ich will die mir klauen. Wehe. Das spawnt ja immer noch nach. Nachher brauche ich wirklich noch mal hier ein paar Kriegerlager. Immer mal ein Ausbildungslager. Äh... Irgendwo. Haha. Da habe ich Platz. Ich sehe die Norm, wie viele Gebäude ich hier schon gebaut habe. Beziehungsweise wie wenig... Wie wenig Platz ich habe. Ich bin... Ich bin schon höchst schockiert. Und... Was hätte ich denn gerne? Komfort... Ein Zufügen des Baumplatzes. Könnte man sagen, dass es sinnvoll ist. Aber... Naja... Ah... Weiß ich nicht. Heiler sammelt. Genau. Wenn er nicht heilt. Heiler heilt schneller. Ist gut. Und hier hätte ich gerne... 20 Steinen. Hätte ich gerne. Wurde zufriedenheit. Mh... 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 Sind das auch 30 Steine? Sind es immer 30? Ich glaube, ne? Es sind immer 30. Äh, 250 Lebenspunkte dafür. Wenig Verteidigung. Tötet den Wüffern und erhaltet 250 Zeug. Aber 28 Schaden sind halt viel. Sind echt viel. Wirklich, wirklich viel. Wäre aber ganz cool, ne? Wahrscheinlich ist das dann eine von den Nebenaufgaben, die man später erst erfährt. Dass man da mal bitte hier sondern, ne? Dass man den zerlegen soll. Okay. Ich habe 5 Eisen bekommen. Interessant, was man immer kriegt. Interessant, interessant. Ich habe 3 Schafe. Zack. Äh, sind wir auf dem Weg? Einser fanden wir auf dem Weg. Hat ja nichts zu tun. Da. Gut, gut. Das heißt, ich könnte auch noch eine Brauerei bauen, um noch mehr Leute zu kriegen. Aber ich hoffe einfach mal, dass es durch die weiteren Gebiete, die ich mir aneignet, dass es vielleicht auch so für Stimmung sorgt. Da muss ich mal gucken. Ich hätte gerne halt, ne? Logischerweise ein Wachstum hier noch ein bisschen mehr. Mehr Leute kann man immer gut haben. Nicht sterben. Nicht sterben. So, ein Gebiet für 290 mitnehmen. Ist teuer. Aber was macht man nicht alles, ne? Was macht man nicht alles, damit die Leute glücklich sind? Fischer habe ich produziert hier. Beckerbeiter. Gewinnen aus vollkommen 50% mehr Erz. Ha, meister des Wissens. Nein, Seefahrer produzieren mehr Gold. Ja, machen wir das. Zack, Bums. Komm, wir sind alle aufgewertet. Und ich kann einen Altar der Könige bauen. Hurra. Am besten hier oben, wo der sofort wieder eingenommen werden kann. Total sinnvoll. Na gut. Na, wobei, das wäre nicht das Erzgebiet, was eingenommen wird. Das wäre erstmal hier oben. Weiter kommt der Gegner ja nicht. Oder solltet er nicht kommen. Gut. Okay. Schon wieder wissen, was die hier schnell sind, ne? Ihr erhöht die Angriffskraft aller eurer militärischen Einderten in 20%. Ja, wäre hübsch. Machen wir das. Machen wir das. Dann wird es immer ein bisschen besser kämpfen, jetzt wo ich mehr kämpfen möchte. War ja 20% von 10 ist das tatsächlich nur plus 1. Also meiner Rechnung nach nicht unbedingt, ne? Ne, 15%. War das 15 oder 20? 20%. Ha, Moment, Moment. Müssten das nicht 2 sein? Rechne ich so falsch gerade? Da ist ein Wolf, den ich nicht angreifen kann, weil er nicht in dem richtigen Gebiet ist. Okay. Ja, nicht verletzt werden. Hallo, was tust du denn da? Och, Speer. Oh yeah. Das läuft. Das heißt, Produktion von allem ist auch noch ein bisschen erhöht. Und dann darfst du bitte doch einfach wieder zurück und werkeln hier. Auch im Winter läuft alles noch. Das ist schon mal ganz gut. Ein Hauch der Zufriedenheit macht sich weit. Und hier wollte ich hin, ne? Hier oben. Ist das Speer der anderen, oder was ist das? Ah! Die sind stark! Mist! Was machen die denn Schaden? 20!